An sich sind es drei verschiedene Werke. Ich würde mit dem Mikronährstoff-Coach starten. Das ist unser ältestes Werk. Die Zielgruppe ist wirklich medizinisches Fachpersonal, die wirklich Hilfe brauchen im Bereich Automolekularmedizin, Mikronährstoffe, wie sie ihre Therapie ergänzen können. Das Werk, wir haben es aktuell in der vierten Auflage mit über 1.150 Seiten in Print, aber auch online, basiert auf ca. 6.000 Studien. Wir haben über 100 Indikationen, über 160 verschiedene Mikronährstoffe. Das heißt, es ist eigentlich die Bibel, die man am Markt finden kann. Gibt es auch in englischer Fassung, etwas gekürzt mit ca. 900 Seiten, damit wir auch wirklich den internationalen Markt bedienen können. Wo kann man es beziehen? Einerseits über die Biogena.com, das heißt, in unseren klassischen Webshop, andererseits in unseren verschiedenen Stores, z.B. auch im ganzen Dachraum, aber auch z.B. über Amazon kann man es auch bestellen. Das zweite Buch, der Good Health Coach, das Sie erwähnt haben, ist, ich nenne es Mikronährstoff-Coach-Light-Version. Es ist eher populärwissenschaftlicher geschrieben, eine einfachere Sprache für gesundheitsinteressierte Menschen, die einfach mal einen Einblick möchten in den Bereich Mikronährstoffe, in die wichtigsten Indikationen, die den Leuten auch unter den Nägeln brennen. Und das neueste Werk sind die 50er-Vorsgeschichten, jetzt aktuell in der zweiten Auflage. Das war auch ein Herzensprojekt von unserem Eigentümer Albert Schmidbauer, weil wir natürlich über die letzten 15 Jahre in Kooperation mit unseren Partnerärzten und Ärztinnen immer Rückmeldung bekommen haben mit, warum habt ihr das noch nicht kommuniziert? Wie können wir diese Geschichten besser positionieren? Und dieses Buch ist wirklich so aufgebaut, dass man ein Individuum hat, eine Patientin, die ein Problem haben. Dann wird der Therapieweg beschrieben und eben auch die Lösung. Und alles basierend auf automolekularmedizinischen Methoden. Und was ich so faszinierend finde, fast jede Person, die ich kenne, die es gelesen hat, kann sie mit irgendeiner Geschichte identifizieren. Und darum ist es wirklich auch ein extrem beliebtes Format bei uns. Das war's.